Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einem kleinen Video hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und endlich ist es soweit. Bababam, die T-Shirts sind fertig für die Gamescom, meine lieben Freunde. Ja, sieht das nicht scharf aus? Gamers Check LP auf der Vorderseite. YouTube Germany, Gamers Check LP natürlich mit Homepage auf dem Rücken. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an den Werbedruck Lindner. Die Facebook-Seite von diesen netten Menschen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich die T-Shirts her, da hat die gemacht. Also ist auch sehr geile Qualität. Hier natürlich ganz normal Folie, aber schönes dickes Material. Also ist nicht so, dass es zerreicht oder so ein Quatsch. Die T-Shirts sind auch sehr geile Qualität, muss ich sagen. Ja, und auch so hier, das ist alles super geil gemacht. Also echt super Qualität. Und hier nochmal ganz kurz das Logo. Das haben wir so ein bisschen im Comic-Look gehalten, wie ihr seht. Wenn ihr mal näher rangeht, seht ihr, dass die Farben so ein bisschen, das haben wir so ein bisschen im Comic-Look gehalten. Das sieht echt scharf aus, finde ich. Also das war so ein kleines, ja, Spätschel. Und natürlich unser Slogan, zocken bis die Finger bluten. Also das I ist normalerweise richtig, aber das T-Shirt ist gerade ein bisschen gedingst, geknickt. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an Werbedruck Lindner für diesen geilen Druck. Und jetzt kann es endlich zur Gamescom gehen. Und ja, wie ihr seht, hier sind eins, zwei T-Shirts, meine lieben Freunde. Und wenn man jetzt hier mal so rüber guckt, da ist sogar noch ein drittes. Und ja, und zwar, den Grund sage ich euch später, denn ja, ganz kurz möchte ich noch was anderes zeigen. Und zwar einen kleinen Blick möchte ich euch natürlich noch, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt hier die Kamera, bin ich so umgänglich mit Cam. Und zwar gibt es da nämlich auch noch andere T-Shirts für die Gamescom. Komm, ich muss mal reingucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf. Huch. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf. Moment, dann haben wir hier noch. Warte. Ganz kurz reinblicken. Pass auf. So, und dann haben wir hier noch. Pass auf. Pass auf. Alles zur Gamescom. Okay, ja. Ich will nicht weiter zeigen. Ich denke mal, der liebe, die lieben anderen Kanäle von YouTube Germany, die werden diese T-Shirts euch selber noch vorstellen. Und zwar ist das ganze Noxi, Sgt. Möller, Nero und ich. Ja, und Rewano natürlich. Und ja, diese T-Shirts, meine lieben Freunde, habe ich nicht umsonst so viel. Ich habe insgesamt fünf Stück, ne, sechs Stück sogar. Ich habe drei für mich, weil ich habe zwei als Muster gekriegt, weil der ist ein bisschen weiter weg von mir. Und da habe ich jetzt zwei als Muster. Ein drittes richtiges. Und drei zum Verlosen. Ja, zum Verlosen. Das dritte T-Shirt, das geht nämlich an meinen treuesten Zuschauer, an meinen aktivsten Abonnenten. Und zwar der liebe Ed Walker. Wenn du das Video siehst, dann melde dich bitte. Du hast mich im Steam. Schreib mir einfach deine Adresse. Ich schicke das dann sofort los. Und dann hast du das T-Shirt. Das ist mein Geschenk für dich als Dank, als Dank, dass du immer schön zuguckst, immer schön kommentierst und immer schön, ja, halt zuguckst. Und die ganzen T-Shirts, die sind, wie ihr hier seht, in der Größe, sieht man jetzt teuerweise nicht, oder? Sieht man das? XL. Also das ist so eine Standardgröße, was viele haben. Und das Einzige, was ich von euch wissen will, meine lieben Freunde, ne? Das ist, wie lange gibt es GamersCheckLP schon? Das könnt ihr ganz schnell rausfinden. Das ist klar. Ihr wisst schon wie. Und das Ganze die Antwort an GamersCheck, äh Quatsch, Entschuldigung, an gewinnspiel.gamerschecklp.de Dort die Antwort hin. Also bitte nicht in die Kommentare posten. Sonst greift ihr natürlich die Antwort für andere voraus. Und das Ganze wird dann ausgelost wie das letzte Gewinnspiel. Und zwar per Zufall. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt es. Und dann kriegt ihr ein T-Shirt in XL. Also ich finde es echt sehr geil gemacht. Äh, immer wieder Riesendank an den lieben Werbedruck Lindner. Er macht seine Sache echt gut. Und, ähm, er tut auch, wenn ihr möchtet, kann er euch auch Basecaps machen. Und Taschen und Pullover und Jacken und, 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 und. Also, da ist dafür alles offen. Und er hat ja meine Logos jetzt dort. Und, ja, da bestellt ihr einfach. Ähm, geht dorthin oder fragt oder dort an. Schreibt die auf Facebook an. Hey, ihr hättet gern so ein T-Shirt. Bezahlerei und das ganze Zeug macht ihr dann natürlich mit euch selber aus. Da hab ich nichts mit am Hut. Ich zeige euch einfach nur die T-Shirts und weise euch drauf hin, dass, äh, auch die Qualität echt super ist. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die Qualität jetzt gezeigt habe. Also, die T-Shirts echt super dick. Also, schön, schöne Qualität. Super, also kein, kein Mist. Der Aufdruck ist auch super. Gut, dass hier oben sitzt eine große Folie. Das ist klar, weil das ist ja ein großes, ja, das sieht aber trotzdem mega geil aus. Und hier unten diese Schrift ist halt richtig geil gemacht. Und das gleiche hier bei Gamers Tick LP. Ah, das ist schnuckelig. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also, seit wann gibt's Gamers Tick LP? Die Antwort an gewinnspiel-at-gamers-check-lp.de Und da würde ich sagen, ja, haut in die Tasten. Ein Sendeschluss wird der 21.8. um 23.59 Uhr sein. Da komme ich nämlich gerade von der Gamescom wieder. Also, an dem Tag am 21. Und dann werde ich am 22. das Ganze auslosen. Und dann seht ihr das Video. Und dann geht auch ganz schnurstracks das T-Shirt. Zu euch. Ja, das war's, liebe Freunde. Mehr wollte ich euch nicht mitteilen. Also, ich finde die T-Shirts wirklich geil. Ihr seht's ja selber. Und ja, da würde ich sagen, entweder sehen wir uns bei der Gamescom. Oder in die Kommentare. Oder in, ja, was weiß ich. Oder wir sehen uns nie. Und ihr hört mich bloß. Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr drückt, äh, äh, haut in die Tasten. Ich hoffe, euch gefallen die T-Shirts. Und dann würde ich sagen, bis denn. Tschüss. Tschüss.